So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, dass Sie, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns, heute euch wieder etwas über WingsX und den Fortschritt zu präsentieren. Wir haben uns vorgenommen, über die WingsX Version 2.0 zu sprechen und euch ein paar Neuigkeiten zu zeigen. Mit mir im Studio ist meine Mitarbeiterin, die Julia Pöller. Hallo zusammen. Genau. Und wir haben uns heute gedacht, wir geben euch ganz kurz eine Übersicht über WingsX. So, da ist die Ohrfläche von WingsX. Für alle die, die heute Abend das erste Mal WingsX, ein Infoabend, anschauen, möchten wir kurz einen Überblick geben, was kann WingsX als Software. WingsX ist eine Multimedia-Software, mit der Sie, mit der Ihr Bilder, Videos und Musik oder Originaltöne in einer Timeline arrangieren könnt. Ihr habt die Möglichkeit, nach dem Öffnen der Software festzulegen, in welcher Größe ihr euer Projekt anlegt. Wir haben uns jetzt hier einfach mal für ein normales Projekt für den Fernseher in Full HD entschieden. Und man sieht hier die Oberfläche mit der Menüleiste, einer Werkzeugleiste, in der es Schnellbefehle gibt. Hier auf der linken Seite gibt es den Dateibrowser. Da findet ihr all die Medien, die auf eurer Festplatte drauf sind. Diese Medien werden dann, wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Bilder hat, in den Pool hineingezogen und können im Projekt sozusagen bereitgestellt werden. Im Pool, ich rücke mal ein Stück zur Seite, gibt es Audiobilder und Videodateien und noch ein paar Dinge mehr. Ein solches Bild kann jetzt direkt in die Timeline gezogen werden und wenn man die Screen aufmacht, dann entsprechend wird es sofort angezeigt. Die Screen ist quasi eure Fläche, die der Beamer oder der Fernseher dann ausgibt. So ein Bild könnt ihr mit dem In-Screen-Editing entsprechend verändern. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, das Bild zu zoomen oder ein wenig die Position zu verändern, so dass man hierbei schön kreativ die Bilder und die Übergänge gestalten kann, Horizonte zum Beispiel gleich ausrichten kann. Solche Dinge kann man damit machen. So gestaltet ihr relativ leicht und in einer einfachen, eingängigen Art und Weise der Bedienung eure Multivisionsschau, eure Reiseschau oder die Erzählung, die kreative Schau, die ihr eben gestalten wollt. Wings X gibt es in vier verschiedenen Lizenzen. Julia, welche Lizenzen haben wir da? Genau, von Wings X gibt es vier verschiedene Versionsgrößen, angefangen bei der Eco-Version. Das ist die kleinste von allen mit den wenigsten Funktionen und dann geht es hoch bis zur Pro-Version. Die hat quasi alle Funktionen, die diese Software bietet. Die genauen Preise beim Neukauf oder wenn man jetzt auch schon eine etwas ältere Wings-Version besitzt, könnt ihr oder sie gerne bei uns auf der Webseite nachschauen. Und wir beantworten natürlich auch jegliche Fragen, die es dann dazu gibt. Auf der Website findet ihr oder sie auch die vollen Funktionsumfänge der jeweiligen Versionen. Danke, Julia. Das gibt doch schon einen schönen Überblick, welche Möglichkeiten es gibt und welche Versionen da entsprechend vorhanden sind. Alles weitere hat Julia erwähnt. Könnt ihr auf der Website nachlesen. Wir haben uns für den Release von der Wings X 2.0 Version etwas Besonderes überlegt. Wir wollten ein Interview mit Christoph Hilger, dem Entwickler der Software, und Christoph Koch, beide von AV Stumpfel, durchführen. Allerdings hatten die beiden heute Abend am Sendetermin keine Zeit. Und so haben Klaus Lienscheid und ich das Interview vorgezogen und im August durchgeführt. In der nächsten Dreiviertelstunde seht ihr die Fragen und Antworten von Christoph und Christoph, die wir ihnen gestellt haben und was sie uns dabei erzählt und vorgeführt haben. Wir begrüßen Christoph Hilger und Christoph Koch bei uns im Studio. Und heute Abend haben wir sie eingeladen, um mit uns über die neuen Funktionen von Wings X 2.0 zu sprechen. Schön, dass ihr beiden da seid. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Christian. Hallo. Wir erinnern uns. April 2022. Also gut vor anderthalb Jahren ist die erste Wings X Version erschienen. Damals fehlten im Vergleich zu der aktiven Wings 7 Version noch einige wichtige Funktionen. Seitdem ist aber viel passiert. Wings X ist, wenn man so will, inzwischen erwachsen geworden und kann professionell eingesetzt werden. Es gibt aber immer noch Anwender, die den Sprung von der älteren Version oder den Umstieg von der älteren Version noch nicht vollzogen haben. Christoph Koch, weißt du, welche Hauptargumente dort gegen den Umstieg auf Wings X dir entgegengebracht werden? Kannst du da ein bisschen was erläutern? Die Gründe werden immer weniger, also nahezu null. Das ist mehr die Macht der Gewohnheit, dass man mit den alten Systemen noch sehr gut vertraut ist, oft auch seit vielen Jahren damit arbeitet. Wings X hat sich auf die Fahnen geschrieben, alles neu zu machen, aber auch alles einfacher zu machen. Und da ist aber bei vielen im Kopf noch ein bisschen der Hemmschuh, dass es jetzt doch neu ist. Aber wer dann sich darüber traut und sich dem öffnet, wird schnell sehen, dass wirklich die neuen Funktionen einfacher sind und man dann viel Freude hat in der Praxis mit der Arbeit mit Wings X. Christoph Wilger, kannst du die wichtigsten Vorteile von Wings X kurz zusammenfassen? Ja, der Hauptvorteil ist natürlich, dass alles viel, viel einfacher geht als früher. Das ist überhaupt kein Vergleich und das klingt auch pausenlos bestätigt. Also Leute, die mit Wings X arbeiten und dann nochmal auf Wings 7 zurückgehen müssen, weil sie da noch irgendwas nachschauen wollen, die sind ganz erstaunt, wie kompliziert das früher war und wie einfach das heute geht. Mir geht es selber genauso. Also wenn ich im Wings 7 noch etwas ausprobieren möchte, merke ich auch immer, da hat sich enorm viel getan. Also der Einstieg geht erheblich einfacher. Man braucht eigentlich kaum eine Anleitung und setzt sich einfach davor und kann einfach damit gleich loslegen. Das klingt sehr gut. Warum sollten Anwender jetzt umsteigen, Christoph Koch? Da rät sich jetzt ganz ein bisschen im Kreis, weil es ist wirklich die Einfachheit, was der große Vorteil ist. Aktuell ist in den nächsten Tagen, wird die Version 2.0 erscheinen mit jeder Menge Neuerungen und neuen Funktionen, die wir speziell für die Referenten erdacht haben und auch aus diesem Bereich viel Input aufgenommen haben. Also das wäre ein guter Zeitpunkt, dass man quasi gleich mit dem neuen Markstein 2.0 einsteigen kann, damit man da gleich viel Spaß hat damit. Kommen wir gleich auf die neue Version 2.0 zu sprechen. Du hast es ja schon erwähnt, Christoph. Da gibt es einige bahnbrechende Features für Vortragsreferenten, also im Bereich Speaker Support. Welche Funktionen sind denn da ganz neu und was ist vielleicht sogar exklusiv in Wings X 2.0? Ja, da hat sich einiges getan und gerade diese Funktionen für Vortragsreferenten, die sind völlig exklusiv. Also da gibt es keine einzige, die es in Wings 7 gegeben hat und das ist auch jetzt wirklich ein großer Schritt. Deswegen haben wir auch den Versionssprung auf Version 2.0 gemacht, weil Wings X jetzt wirklich den Kinderschuhen entwachsen ist und jetzt ganz viele Funktionen daherkommen, die es bisher gar nicht gegeben hat. Also weder in Wings 7 noch in irgendeinem anderen mir bekannten AV-Programm. Und da geht es jetzt wirklich mit großen Schritten weiter und da freuen wir uns sehr drauf. Wir schauen uns das hier nachher noch mal ein bisschen genauer an. Aber im Grunde genommen kann man sagen, das, was jetzt kommt in der Version 2.0, ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, absolut. Das kenne ich aus keiner anderen Software. Da sind wir gleich mal gespannt. Ja. Reden wir über die weitere Entwicklung von Wings X. So eine Software ist bekanntlich nie fertig. Das Innovative an Wings X ist ja, dass diese Weiterentwicklung in enger Zusammenarbeit mit der Anwender-Community erfolgt. Magst du uns einen Einblick geben, wie Wings X-Anwender konkret Einfluss auf die Entwicklung der Software nehmen können? Ja, das ist ganz einfach eigentlich. Also ich kann jedem nur empfehlen, Forumsteilnehmer zu werden und im Wings X-Forum mit zu diskutieren. Das ist einfach der beste Platz, um an der Weiterentwicklung teilzuhaben oder die zu beeinflussen. Und da sind schon etliche Features entstanden, jetzt auch in der neuen Version, in der 2.0 Version, die eben aus diesen Diskussionen entstanden sind. Das Gute ist im Forum halt, man bringt dort eine Idee ein und dann gibt es aber viele Leute, die mitdiskutieren und das Ganze dann zu einer runden Sache machen. Wenn man einfach nur eine Idee hat und anfängt zu programmieren, dann hat man vielleicht einiges noch nicht bedacht und dann wird die Sache nicht so rund. Oder man denkt nur in eine Richtung und vergisst vielleicht andere Anwender, die die Funktion etwas anders benutzen würden oder andere Vorstellungen von der Bedienung haben. Und da bietet sich das Forum wirklich sehr an, weil dann einfach, man hat Diskussionspartner, mit denen man einen Wunsch, ein Feature diskutieren kann. Und wenn die Sache rund ist, dann lohnt es sich, das einzubauen, weil dann muss man das nicht x-mal wieder ändern, sondern dann kann man es gleich so einbauen, wie es dann von den Anwendern gewünscht wird. Welche Features kamen denn beispielsweise aus der Community? Kannst du uns da gerade etwas zeigen? Also in der 2.0 Version sind das zum Beispiel die Animationen, die auf Objekte angewendet werden können. Das war ein ganz großer Wunsch von vielen. Wir haben ja bisher die Objekte, also Bilder, Videos, Texte bewegen können, zwar über den Screen von A nach B mit Smart Move. Aber im Prinzip war das immer eine mehr oder weniger lineare Bewegung, die vielleicht langsam anfängt und dann sanft abbremst. Aber im Prinzip war es einfach eine Bewegung von A nach B. Man konnte keine Kurven fahren, beziehungsweise das wäre unglaublich komplex gewesen und konnte sonst, also außer diesem Ken Burns Effekt zum Beispiel Kamerafahrten und so weiter. Die ging hervorragend, aber darüber hinaus waren Anwendungen, wo man zum Beispiel eine Straße entlangfahren möchte oder auf einem Kreis fahren möchte, sowas, die waren nicht möglich. Dafür gab es früher in Wings 7 diese Spline-Funktionen. Das ist aber ein Konzept, was mir einfach nicht gefallen hat. Das war eigentlich aus der Not heraus geboren, weil die Splines eher unkontrollierbar sind. Die haben ein Eigenleben, die kann man ganz schlecht unter Kontrolle bringen, weil diese Kurven ja praktisch automatisch erzeugt werden und der Einfluss darauf beschränkt ist. Und auch damit ist es ganz schwierig, irgendwo präzise herumzufahren. Also man kann zwar einen Kreis fahren, aber jetzt irgendeiner Linie, einer Straße oder ähnlichem nachfahren ist damit so gut wie ausgeschlossen. Und deswegen hat mir dieses Spline-Feature eigentlich nicht zugesagt und ich wollte es auch gar nicht mehr einbauen, obwohl viele gefragt haben. Und dann haben wir gleich eine völlig neue Lösung entwickelt. Die ist eben aus diesen Forumsbeiträgen geboren. Die haben wir dann auch intern weiter diskutiert natürlich, gerade im engeren Kreis der Alpha-Tester. Und dann haben wir sie implementiert und jetzt, glaube ich, ist sie wirklich ein absolutes Top-Feature geworden. Ich zeige mal dieses Feature dieser Objektanimation im Screen, damit man mal sehen kann, wie das funktioniert. Ich fange mal an mit einer normalen Animation. Ich nehme dazu mal diese Island-Karte da, stelle die in den Screen, erstelle einfach irgendeine Routen-Animation. Mache mal den Screen auf, dass man sehen kann, was da passiert. Die muss natürlich oben drüber. Da fügen wir jetzt einfach mal ein paar Punkte hinzu, dass die Animation einfach von irgendwo nach irgendwo läuft. Ich verkürze sie etwas, dass sie etwas schneller läuft und dann lassen wir die einfach mal ablaufen. Dann passiert das. Also das ist so, wie eine Animation bisher schon funktioniert hat. Und diesen Pfad, den die Animation fährt, der wird halt momentan durch eine Linie dargestellt. Eine Linie mit Pfeilspitz oder einem Symbol vorne. Aber es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel ein Bild entlang dieser Linie zu bewegen. Es haben sich ganz viele zum Beispiel gewünscht, dass sie ihr eigenes Auto auf so einer Linie fahren können. Also nicht nur so ein Symbol von einem Auto, sondern wirklich ihr eigenes. Also ein Foto von ihrem eigenen Auto vielleicht freigestellt. Und das kann man jetzt machen, indem man eben die Animation auf Bilder anwendet. Ich zeige das jetzt mal. Ich nehme jetzt mal ein Bild von einem Flugzeug. So, das setzt es da oben rüber. Das ist noch viel zu groß. Das machen wir mal deutlich kleiner. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben groß, aber so kann man es gut erkennen. Und was ich jetzt machen kann, ich kann diese Animation nehmen von gerade. Die befindet sich da unter dem Screen da vorne. und ziehe die auf dieses Flugzeugbild drauf. Und was jetzt passiert ist, es entsteht keine Linie im Screen, sondern das Flugzeug fliegt praktisch genau diese Linie, die wir vorher gezeichnet haben, lang. Also wenn das jetzt eine Straße wäre in diesem Island-Bild, da ist jetzt keine. Aber wenn da jetzt eine Linie wäre, könnte man auf dieser entlang fliegen oder mit einem Auto eben fahren. Das sieht jetzt mit dem Flugzeug ein bisschen komisch aus, weil ein Flugzeug fliegt selten immer mit der Nase in eine Richtung. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, bei den Objektoptionen zu sagen, man möchte den Winkel von der Animation übernehmen. Und dann schaut das Ganze so aus, dann fliegt das Flugzeug praktisch auf dieser Linie entlang. Und man kann also im Prinzip alles beliebig animieren. Das heißt, das Ganze ist ein zweistufiger Prozess. Man macht zunächst mal die Animation. Die zeichnet man sich also praktisch in den Screen hinein, so wie man sie haben möchte. Und dann nimmt man diese Animation aus dem Pool und zieht sie eben auf das Flugzeugauto oder was auch immer man da bewegen möchte. Dem sind also überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und die eigentliche Animation braucht man da nicht mehr. Also die kann man aus der Timeline einfach entfernen, weil wir wollen ja im Prinzip nur mit dem Flugzeug rumfliegen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, die Animation zusätzlich drin zu lassen. Also diese rote Linie da entstehen zu lassen und an der Spitze eben nicht die Pfeilspitze, sondern zum Beispiel dieses Flugzeug zu haben. Das geht genauso. Also dann hätte ich beides drin. Also einmal die Animation und an der Spitze der Animation würde sich dann dieses Flugzeug oder das eigene Auto dann entsprechend da durch Island bewegen. So einfach geht das. Also von der Anwendung ist das ganz einfach. Da braucht man gar nicht viel lernen. Einfach die Animation nehmen, auf das entsprechende Objekt ziehen und das war es eigentlich schon. Und das Editieren der Animation kennen wir ja schon aus den vorherigen Versionen. Du hast jetzt ein Beispiel gezeigt, was tatsächlich eine Routenanimation ist. Der ein oder andere Anwender hat da schon so ein paar Ideen, was man außerhalb von einer tatsächlichen Routenanimation mit Landkarte unten drunter machen kann. Gibt es da aus deiner Seite auch schon ein paar Ideen, ein paar Anwendungen, um vor allen Dingen in der Community Anregungen zu geben, was man mit diesem Animationstool sonst noch alles machen kann? Jetzt mal völlig unabhängig von einer Reiseanimation. Also im Prinzip ist das Animationstool ja etwas, mit dem man etwas zeichnen kann. Und damit kann man sich dann austoben, wenn man die entsprechenden Ideen hat. Wir haben vor einer Weile eine sehr spannende Anwendung bekommen. Ich suche sie gerade mal. Da ist sie. Von einem sehr regen Forumsteilnehmer. Die kann ich gerade mal vorzeigen. Der macht etwas ganz Außergewöhnliches mit Animationen. Ich mache mal den Screen etwas größer, damit man es besser sehen kann. Schauen wir uns das mal an. So, das war auch eine Animation eben ganz anders. Also keine Routenanimationen, sondern es wurden halt die Buchstaben animiert und dann nachher die ganze Geschichte unterschrieben mit dem Vornamen. Und dann noch so ein Smiley, der dann zwinkert und die Augen dann von rechts nach links wechselt. Also eine ganz spannende Geschichte. Und all das kann man mit diesen Animationen genauso machen. Also der Fantasie sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Der Klassiker mit der Reiseroute ist wirklich nur der Anfang von dem, was man damit machen kann. Hast du da vielleicht noch ein anderes Anwendungsbeispiel, wofür ich diesen Bewegungspfad verwenden kann? Jetzt abgesehen von der Routenanimation. Gut, du kannst damit alles bewegen, wie es dir lustig ist. Also du kannst Bildschirminhalte durcheinander bewegen. Also ich denke jetzt an ein Mosaik, wo zum Beispiel Bilder durch die Gegend fliegen und nachher an der richtigen Stelle landen oder umgekehrt. Also ein Mosaik, wo jetzt mehrere Bilder sind und die fliegen dann einfach irgendwo hin. Wie Blätter zum Beispiel im Wind oder sowas. Also Möglichkeiten gibt es da unendlich viele. Also es erweitert einfach dieses Bewegungsrepertoire von einfachen linearen Bewegungen auf völlig beliebige Bewegungen irgendwo hin. Und die Anregungen, die aus der Community kamen, die gingen aber in die Richtung, wie du das eben schon erwähnt hast, dass die Anwender also zum Beispiel ihr eigenes Fahrzeug an die Spitze dieser Routenanimation setzen wollten. Das war die Idee, weshalb man diesen Bewegungspfad braucht. Das kennt man ja nun zugegebenermaßen auch schon aus anderen AV-Programmen oder anderen Routenanimationsprogrammen. Ja, nee, das war nicht die Grundidee. Also das war ein Punkt und den hätte man sonst auch anders lösen können. Aber das geht ja weit darüber hinaus. Also das ist jetzt nur eine, ich sag mal, marginale Anwendung oder Erweiterung von dem, was es vorher gab. Diese Anwendung, dass man die Animation einfach dem Objekt zuweisen kann. Da gibt es ganz viele, die einfach ihre Inhalte, Bilder, Videos eben nicht linear über den Bildschirm bewegen wollen, sondern eben anders. In einer Kurve, in einem Kreis, in einer irgendwie zufällig ausschadenden Bewegung und so weiter. Also da gibt es ganz viele, die genau das haben wollten. Dass es eben nicht einfach nur lineare Bewegungen gibt, sondern dass die Bewegungen beliebig sein können. Ich kann mich entsinnen. In Wings Siegen gab es, glaube ich, Beispiele von so einem springenden Ball. Aber da war, glaube ich, das Witzige auch, dass man tatsächlich den Ball springen sah und dass die Bewegung nicht linear war, sondern langsam, man tack, 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 tack geht. So war es im Grunde genommen auch. Kann man das irgendwie mit Splines noch kombinieren? Das Ganze hat mit Splines nichts zu tun. Die Animationen, das sind ja BZ-Kurven und keine Splines, die man viel besser kontrollieren kann, eben mit diesen Anfassern. Und mit denen kann man im Prinzip das alles nachempfinden. Und da gibt es ja gerade bei den Animationen viele Möglichkeiten. Man kann ja auch einfach geraden ziehen, also lineare Elemente oder Kurven. Kurven mit gespiegelten Anfassern, mit gleichen Anfassern, mit völlig individuellen Anfassern. Also da kann man ganz viel mit machen. Also ein Punkt war auch das Bewegen auf linearen Faden, aber eben nicht nur von Punkt A nach Punkt B, sondern wirklich entsprechend von mir aus an einem Quadrat entlang oder an eckigen Begrenzungen entlang. Das waren alles so Wünsche, die gekommen sind, die sich damit jetzt sehr einfach umsetzen lassen, weil man diese Kurve praktisch einfach in den Screen zeichnet. Und vorher wäre das gar nicht möglich gewesen. Also da wäre man verzweifelt daran, irgendwo diese Pfade in Zahlenwerten programmieren zu müssen. Und jetzt ist das ja einfach ein Zeichnen im Screen. Was wir bisher gesehen haben, war ja immer eine lineare Bewegung. Ist es damit denn auch möglich, die Geschwindigkeit dieser Bewegung verändern zu können? Ja, das kommt in einem zweiten Schritt. Es ist geplant, dass man zu den Animationen noch eine weitere Steuerkurve, also so eine Keyframe-Spur bekommt, mit der man dann Einfluss auf die Geschwindigkeit nehmen kann. Also auf die Geschwindigkeit des Ablaufs dieser Animation. Das gibt es noch nicht, aber das ist geplant, um eben genau das zu ermöglichen, was du gerade sagst. Das Beispiel, die Farbpipette. Viele Anwender haben sich die Funktion aus Wings 7 gewünscht. Nun ist sie endlich da und du hast sie sehr einfach in der Bedienung gemacht, Christoph. Können wir uns das zusammen einmal anschauen? Ja, die Diskussion im Forum, die hat gezeigt, dass manche Leute bestimmte Prioritäten haben. Und die sind natürlich sehr verschieden. Also jeder wünscht sich was anderes. Und wir haben ja eine sehr lange To-Do-Liste, die umfasst aktuell um die 700 Punkte etwa. Also Wünsche von Anwändern, die sie gerne realisiert hätten. Aber es hat sich halt herauskristallisiert, dass ein Wunsch ganz besonders dringend war. Das war die Farbpipette, also dass man einfach Farben aus dem Bildschirm irgendwo aufnehmen kann. Wenn man ein Objekt einfärben will oder Animationslinien einfärben will. Und deswegen haben wir das vorgezogen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass diese Forumsdiskussion wirklich was bewirkt. Weil wenn eine Mehrheit sich dafür entscheidet und sagt, das wollen wir aber schneller haben. Und das brauchen wir dringend. Dann nehmen wir das natürlich gerne zum Anlass und ziehen so ein Feature vor, damit es dann zeitnah zur Verfügung steht. Wenn man irgendwas nimmt, ein Bild zum Beispiel. und in die Eigenschaften geht, wo zum Beispiel die Farbe dieses Bildes eingestellt werden kann. Das ist jetzt kein sinnvolles Beispiel, keine Frage, aber es geht ja nur ums Prinzip. Dann konnte ich früher da reinklicken und habe eben diesen Dialog bekommen, wo man dann die Farbe einstellen kann. Das Problem war immer, wenn man eine Farbe haben will, die man anderswo schon hat, dann musste man das einfach mühsam in Zahlenwerten dahin geben. Und jetzt hat jedes Farbfeld rechts daneben so ein Pimpetten-Symbol. Da kann ich einfach draufklicken, die Maustaste festhalten, also nicht loslassen. Und man kann die jetzt über den Bildschirm bewegen, zum Beispiel da oben in das Bild, und sehe jetzt genau diese ganzen Farben. Ich kann irgendwo hinfahren. Also man sieht jetzt in diesem Farbfeld direkt die Farbe, die ich ausgewählt habe. Wenn ich da im Pool rumfahre, da unten bei dem Elefant, wird es orange, da wird es blau. Das ist jetzt denkbar einfach. In dem Augenblick, wo ich die Maus loslasse, ist die Farbe bestätigt. Also dann habe ich da diese Farbe praktisch eingetragen. Ja, wir hatten ja gesprochen über die Anregungen, die aus dem Forum, aus der Community kommen. Und ein wesentlicher Bestandteil der neuen Version 2.0 sind die sogenannten Screen-Tools, die ja im Wesentlichen zumindest als Anregung auch aus dem Forum bekommen sind. Magst du uns da mal so ein bisschen die Einsicht geben, was sind Screen-Tools und was kann man damit alles anstellen? Ja, gerne. Also die Screen-Tools richten sich primär an Referenten, bei denen der Screen praktisch noch nicht ganz das Endergebnis ist, sondern wo man dann doch während des Vortrags vielleicht noch ein paar Dinge am Screen ändern möchte oder darauf Einfluss nehmen möchte. Und das zeige ich jetzt mal. Wir haben die Screen-Tools hier unten in einem extra Tab-Reiter neben Protokoll, Audio-Pegel, gibt es jetzt einen weiteren Tab-Reiter, der heißt Screen-Tools und da sind diese Tools enthalten. Ich stelle jetzt nicht alles vor, aber die wichtigsten Dinge kann ich mal kurz zeigen. Die Eigenschaften, da steht einfach nur, wie groß der Screen ist, weil man das sonst nur in den Einstellungen des Programms sieht. Also das ist nur eine Info, damit man schnell mal sieht, ah ja, das war mein Screen, das ist die Größe von meinem Screen. Dann haben wir als nächsten Punkt, der ist ganz oft gewünscht worden, ein globales Schärfen. Ich nehme jetzt mal irgendein Bild, aber ich fürchte, dass man das jetzt in diesem Recording nicht wirklich erkennen kann. Also wenn, dann muss man da hinten auf diese Bäume schauen zum Beispiel. Da sieht man vielleicht am ehesten, dass sich an der Schärfe was ändert. Das Problem ist, wenn einem der Content speziell von Videos zu unscharf ist oder auch von Bildern, dann musste man bisher einfach einen Effekt auf jedes Bild, auf jedes Video geben, die Schärfe entsprechend einstellen. Das war natürlich sehr mühsam und nicht sehr komfortabel. Und deswegen gibt es jetzt eine viel, viel einfache Möglichkeit. Man kann einfach den gesamten Screen schärfen. Also das, was hinten rauskommt aus den Wings, ist praktisch nochmal mit einem Schärfe-Effekt belegbar. Und den kann ich da in diesen Screen-Tools einfach einstellen, indem ich einfach diesen Schieberegler ziehe. Und wenn man genau hinschaut, müsste man eigentlich erkennen können, dass das Ergebnis deutlich knackiger und schärfer wird. Und diese ganze Schärfung von diesen ganzen einzelnen Elementen kann man sich damit schenken und ersetzt das einfach durch die Schärfung des Screens und muss dann vielleicht nur noch in ganz speziellen Einzelfällen, also wenn ein Bild nicht ganz scharf fotografiert wurde, etc., noch nachhelfen. Aber im Allgemeinen ist damit das gesamte Thema Schärfen abgehakt, indem man einfach den Screen entsprechend schärft. Darf ich da mal ganz kurz reingrätschen? Du hast eben gesagt, dass das Schärfen besonders bei Videos interessant ist. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Wenn ich aber jetzt diese Screen-Tools schärfen nehme, werden doch meine Fotos auch nachgeschärft. Ja, du solltest die Fotos sowieso nicht unglaublich geschärft ins Wings reingeben. Das war früher so und das ist heute nicht anders, weil die Bilder ja skaliert werden müssen, um in optimaler Auflösung auf dem Screen zu erscheinen. Deswegen macht es keinen Sinn, sehr stark geschärfte Bilder in Wings reinzugeben, außer in ganz bestimmten Sonderfällen, wenn etwas pixelgenauer repräsentiert werden soll. Aber in allen normalen Fällen, wo es einfach um normale Bilder geht, macht es keinen Sinn, Bilder zu sehr zu schärfen. Wie du schon sagst, ist das für die Videos wichtig, aber für die Bilder letzten Endes genauso, weil die Bilder eben nicht final geschärft ins Wings rein sollen. Und von daher bietet sich das für beides gleichermaßen an. Um das mal konkret zu machen, weil sich natürlich jetzt viele fragen, ja was heißt denn das moderat schärfen? Viele Leute arbeiten ja mit Lightroom und da gibt es ja die Option schärfen für Bildschirmstandard. Ist das so das, was du empfehlen würdest oder noch weniger? Also maximal, also mehr auf keinen Fall. Also ich würde tendenziell eher weniger nehmen und die Schärfung dann im Wings machen. Und speziell, wenn man das mit Video kombiniert, tut man sich natürlich keinen Gefallen, wenn man die Bilder viel schärfer macht als die Videos. Also von daher ist das so die Obergrenze von dem, was ich nehmen würde. Dann schauen wir mal weiter. Es gibt einen weiteren Punkt, auf den will ich jetzt nicht näher eingehen. Ich kann den Screen auch einfärben. Das ist vielleicht ein Sonderfall. Also ich kann jetzt dahergehen und den Screen beliebig einfärben. Das ist wirklich nur was für Spezialfälle, wenn der Beamer zum Beispiel irgendeinen Defekt hat, man irgendeinen Beamer verwendet, der uralt ist und ein total grünes Bild hat, dann kann man da entsprechend gegensteuern. Man kann sogar Colorgradings, also Lookup-Tables in den Screen ziehen, um beliebig komplexe Fehler eines Beamers zu korrigieren. Das würde aber zu weit führen jetzt. Ich könnte allerdings mit so einem Colorgrading zum Beispiel die ganze Ausgabe einfach auch in schwarz-weiß haben können. Also wenn ich aus irgendeinem Grund meine Show in schwarz-weiß zeigen will, ist das mit einem Colorgrading mit einem Mausklick erledigt. Aber wie gesagt, das sind Spezialfälle. Das kann man sich dann in Ruhe anschauen. Der Christoph Koch hat dazu auch Tutorial-Videos erstellt, wo man sich das dann anschauen kann. Es gibt einen weiteren sehr spannenden Punkt, der ist brandneu. Das ist der Punkt Spotlight. Das ist ein ganz spannender Punkt. Und zwar ist der Ansatz, dass der Laserpointer ersetzt werden soll. Der Laserpointer, den man normalerweise verwendet bei einer Präsentation, das ist ja ein Notbehelf. Das ist ein winzig kleiner roter Punkt. Und vielleicht sieht man ihn gar nicht, wenn man auf die falsche Stelle von der großen Leinwand schaut. Man zittert meistens, das Ding wackelt da so rum und das ist in meinen Augen überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Dafür haben wir jetzt dieses Spotlight erfunden. Da gibt es verschiedene Modi, wo das deaktiviert ist, der Standard natürlich. Und dann gibt es zwei Modi. Das eine ist Suchscheinwerfer und das andere ist Bühnenscheinwerfer. Und das zeige ich jetzt mal eben. Also der Klassiker ist der Suchscheinwerfer. Der Bühnenscheinwerfer ist eher ein Spezialfall, der auch auf dem Wunsch eines Anwenders basierend dann da implementiert wurde. Aber bleiben wir mal bei dem Suchscheinwerfer. Und man hat es gerade schon kurz gesehen, in dem Augenblick, wo ich das angewählt habe, ist auf dem Screen so eine Lupe erschienen. Ich ändere jetzt mal die Parameter. Also ich ändere mal die Größe und jetzt sieht man schon, was da passiert. Und die Transparenz kann ich auch ändern. Also ich kann jetzt einstellen, um wie viel der Rest abgedunkelt wird. Und also sprich, in diesem Suchscheinwerfer bleibt der Content ganz normal. Also man sieht die normale Helligkeit. Und rundherum kann man jetzt wählen, wird das sehr stark abgedunkelt, sodass man praktisch gar nichts mehr sieht oder weniger abgedunkelt, sodass es nur etwas hervorhoben wird. Ich belasse das jetzt mal bei den Standardwerten. Und was man jetzt machen kann, das Ganze funktioniert nur bei der Präsentation. Das kann man nicht im Stand ausprobieren. Also ich starte einfach mal die Präsentation, bleibt im Pause-Modus stehen. Also im Pause-Modus geht es natürlich genauso. Und kann jetzt durch einen Doppelklick mit der Maus einfach diesen Suchscheinwerfer praktisch aktivieren und auf irgendwelche Dinge hinweisen. Ich kann sogar mit dem Mausrad das Ganze größer und kleiner machen, während ich das zeige. Und kann so sehr komfortabel, ohne mit einem zittrigen Laserpointer herumfahren zu müssen. Und sehr offensichtlich, also das sieht jeder sofort, wo ich hinzeige, weil ja der Rest des Screens dunkel wird, sehr komfortabel und gut sichtbar für alle Zuschauer eben Dinge erklären, hervorheben und so weiter. Und mit einem weiteren Doppelklick verschwindet das wieder und ich kann ganz normal in der Show wieder weiterfahren. Der andere Punkt, das ist der Hühnenscheinwerfer, mag jetzt vielleicht etwas absurd klingen. Ich verstelle das mal, damit man sieht, was passiert. Es gibt einen hellen Fleck und normalerweise macht man den sogar ganz hell, also komplett weiß, den man dann verschieben kann. Die Funktionsweise ist die gleiche, also ich starte die Show und kann jetzt diesen hellen Fleck da hin und her schieben. Das macht jetzt zunächst mal gar keinen Sinn, aber das ist für eine ganz bestimmte Anwendung. Und zwar gibt es Referenten, die stehen vor der Leinwand, meistens vor einer sehr großen Leinwand, stehen jetzt unten vor der Leinwand und möchten, dass sie heller sind als der Rest. Also dass sie nicht im Bild untergehen, sondern dass sie praktisch in einem weißen Lichtkegel stehen. Und das kann man ganz einfach mit dem Beamer erreichen, indem man den an dieser Stelle eben weiß macht. Also das ist vielleicht ein Sonderfall, aber für die Leute, die gern vor der Leinwand stehen und sich dann in Teilen der Show einfach in einem Lichtkegel sehen wollen, weil sie gerade reden oder das Publikum ansprechen, ist das eine äußerst einfache Möglichkeit. Dann braucht man dann nicht mal Scheinwerfer aufbauen, sondern es geht ganz einfach mit dieser Funktion in Wings. Diese ganze Thematik, das würde aber jetzt hier auch zu weit führen, also Suchscheinwerfer, Bühnenscheinwerfer und so weiter, das ist auch alles mit Triggernsteuer wahr. Also ich kann das auch gesteuert in meiner Präsentation einbauen, sodass zu einer bestimmten Stelle ein Suchscheinwerfer oder eben dieser Bühnenscheinwerfer anscheinend ganz viel mir beliebt. Und ein weiteres Thema ist noch, der Christoph hat da so einen Logitech-Präsenter liegen. Das funktioniert auch mit diesem Logitech-Spotlight, heißt er, glaube ich. Da funktioniert das genauso. Also ich kann mit diesem Logitech-Spotlight diesen Scheinwerfer über den Screen steuern. Das heißt, ich muss nicht am Computer stehen und die Maus bedienen. Das war nämlich das Erste, was alle gesagt haben. Wir haben gesagt, ja, mit denen wir das diskutiert haben. Ja, ich stehe aber beim Vortrag nicht am Computer und kann und will auch gar nicht die Maus bedienen. Ist auch gar nicht notwendig. Ich kann diesen Spotlight nehmen, mache da einen Doppelklick drauf und habe dann im Prinzip das gleiche wie ein Laserpointer in der Hand. Kann mit dem Spotlight einfach über den Screen fahren, mache nochmal einen Klick auf diese Taste da drauf und dann ist er wieder weg. Das heißt, von der Handhabung ist das ident mit einem Laserpointer. Ich brauche mich um nichts kümmern, habe diesen Spotlight in der Hosentasche, kann damit zeigen, was ich will und genauso diesen Pointer auch wieder beenden. Nächstes Thema ist die Geometrie. Das ist auch ein Thema, was ganz viele Referenten haben. Wenn man irgendwo hinkommt, seinen Beamer aufbaut oder den Saalbeamer nimmt, die Leinwand aufstellt. Das Bild passt zwar irgendwie auf die Leinwand, aber meistens nicht ganz genau. Der Beamer steht ein bisschen schief und das Ganze ist irgendwie verzerrt und so weiter. Man kann jetzt mit dem Beamer versuchen, das zu lösen, also mit dieser Keystone-Korrektur. Aber das weiß jeder, dass die Qualität davon meistens grottenschlecht ist. Also es schaut fürchterlich aus, das Bild. Und außerdem kann man es nicht gescheit einrichten. Das ist eine sehr mühsame Geschichte. Das geht im Wings X mit den Screen-Tools jetzt extrem einfach. Ich kann da unten bei Geometrie einfach sagen Anpassung aktivieren. Und jetzt kann ich einfach, ich muss jetzt eine etwas ungewöhnliche Tastenkombination drücken, nämlich Shift, Alt und Control oder Shift, Option, Command auf dem Mac. Das haben wir extra so gemacht, dass man drei Tasten drücken muss, dass es nicht von alleine aus versehen verstellt wird. Und kann jetzt einfach die Ecken von dem Screen nehmen und die irgendwo hinziehen. Das geht in hervorragender Qualität viel besser als jedes Keystoning von irgendeinem Projektor. Und kann das jetzt, macht jetzt natürlich hier auf dem Screen keinen Sinn, aber auf dem Projektor, auf der Leinwand macht das jetzt den Sinn. Das heißt, ich mache das Bild etwas größer auf der Leinwand, als ich es tatsächlich brauche. und nehme dann einfach die Ecken und ziehe sie genau auf die Ecken der Leinwand im Saal. Das heißt, das Bild auf der Leinwand wird praktisch exakt in die Ecken von der Leinwand hinein gezerrt, wenn man so will, sodass man ein perfektes Bild hat. Aber wie gesagt, das muss man dann auf dem Beamer anschauen. Hier auf dem Screen, auf dem Monitor des Computers macht das natürlich keinen Sinn. Aber auf der Leinwand, die von einem Beamer, wo der Beamer drauf projiziert, macht das extrem viel Sinn, weil man in Nullkommanix das Ganze eingestellt hat. Das geht sogar bei laufender Show. Ich kann also während die Show läuft diese Ecken da justieren. Also wenn irgendwas passiert in der Pause, oder stolpert jemand über die Leinwand oder irgendwas anderes passiert, oder es ist eine Open-Air-Veranstaltung, wo das alles eh ein bisschen schwindelig ist von der Stabilität, dann kann man das jederzeit einfach nachkontrollieren, auch ohne die Show verlassen zu müssen. Das ist auch eines dieser Screen-Tool-Features, die so auch in Winx7 nicht gegeben hat. Das waren so die wichtigsten Punkte zu den Screen-Tools. Es gibt zu allem auch Videos. Der Christoph Koch hat Tutorial-Videos dazu gemacht, wo man sich mal anschauen kann, wie das dann funktioniert, um dann die ersten Schritte damit zu machen. Extrem coole Beispiele. Vielen Dank. Ich nehme mal an, diese Screen-Anpassung ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von WinxX. Ich glaube auch, und dieses Spotlight habe ich auch noch nirgendwo gesehen und den Bühnenscheinwerfer auch nicht. Vor allem die Bedienbarkeit, also dieses Spotlight einfach wie ein Laserpointer. Also für den Referenten ist das überhaupt kein Unterschied. Der nimmt nur dieses Logitech-Spotlight-Ding anstatt eines Laserpointers und los geht's. Das habe ich vorhin noch nicht gesagt, was man auch noch machen kann, wenn man möchte. Also wenn man so eine Farbkorrektur, Schärfe oder Geometriekorrektur braucht, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel für eine Fixinstallation, wo so etwas dann als Video ausgegeben wird. Wenn ich ein Video ausgebe, kann ich sogar die Screen-Tools auf den Export anwenden. Also ich kann alles, was wir gerade gesehen haben, der Suchscheinwerfer macht natürlich keinen Sinn, aber diese Geometrie oder die Schärfe oder die Farbanpassung ins Video reinrechnen, sodass das dann das Video praktisch genau dem entspricht, was man so auch auf dem Screen dann sehen würde. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, Christoph. Kann ich das Ganze auch abspeichern? Ja, das wird in der Show abgespeichert. Also wenn du jetzt auf Speichern drückst, ist das einfach abgespeichert. Werden dann die Einstellungen eigentlich bei der Erstellung einer Präsentation auch mitgespeichert und wenn ich die Präsentation dann weitergebe, kann dann der, der die Präsentation bekommt, die Einstellung so nutzen oder braucht er dafür eine Lizenz? Dafür braucht er eine Lizenz. Also diese Geschichte geht nur mit aktiver Lizenz. Wenn du so eine WingsX-Präsentation irgendjemandem gibst, der keine Lizenz hat, dann erscheinen diese Screen-Tools nicht. Also die werden einfach ignoriert und es erscheint der ganz normale Content, den du programmiert hast. Christoph Hilger, deine To-Do-List ist bekanntlich sehr lang, denn immer wieder kommen neue Anregungen aus der Anwender-Community dazu. Magst du uns einen kleinen Einblick in die Liste geben? Auf der Liste, ich habe es glaube ich vorhin schon mal kurz angesprochen, sind aktuell so etwa 700 Punkte, also Wünsche von Anwendern, Ideen, die wir selber haben. Und die Liste ist einfach hochdynamisch. Also es macht da gar keinen Sinn, die Liste anzuschauen, um zu schauen, was steht da vielleicht an oberster Stelle, weil sich diese Prioritäten ständig ändern. Also es passieren immer wieder Dinge, wie zum Beispiel diese Pipette, die dann ganz besonders gewünscht wird, die wird dann einfach irgendwo dazwischen geschoben und dann schneller realisiert. Wir haben natürlich eine grobe Idee, jetzt auch bei der 2.0-Version gehabt, was wir da drin haben wollen. Aber wie es dann weitergeht, ist dann wirklich dynamisch. Also das entscheiden wir je nach Anwenderwünschen. Manchmal passieren auch Dinge, die einfach eine Reaktion erfordern, die auch Zeit kosten, die man vielleicht gar nicht opfern möchte, aber wo man gezwungen ist. Also ich sage nur, Microsoft oder Apple bringen ein neues Betriebssystem, wo irgendwelche Anpassungen erforderlich sind. Irgendwelche Bibliotheken funktionieren dann nicht mehr und so weiter. Oder Apple ändert den Notarisierungsprozess. Das sind alles so Dinge, die bekommt der Anwender nicht mit. Der Anwender geht einfach davon aus, dass alles funktioniert. Aber allein damit es im aktuellen Zustand funktioniert, ist da sehr viel Arbeit erforderlich. Und das, also die dafür notwendige, ich sage mal, Servicearbeit in Kombination mit den Prioritäten, die sich ständig verschieben, führt dann einfach zu dem, wie die Entwicklung weitergeht. Und deswegen macht es jetzt keinen Sinn, da in diese To-Do-Liste reinzuschauen. Also es ist einfach ein unglaublicher Wust an Punkten. Aber die sind alle in einem professionellen Programm organisiert, so dass ich sehr genau weiß, was wie wichtig ist, was von wem vorgeschlagen wurde, was es für Ideen gibt. Da stehen auch alle Diskussionen zu dem Thema drin, der ganze E-Mail-Verkehr, zum Beispiel zu einer Idee, wenn jemand eine Idee hat und man das diskutiert hat. Oder Forumsdiskussionen und so weiter. Also alles, was zu diesem jeweiligen Thema diskutiert, besprochen, gedacht wurde, ist enthalten, sodass, wenn es dann realisiert wird, man dann nicht davorsteht und denkt, wie war das nochmal, sondern da wissen wir ganz genau, wie es werden soll und wie das dann besprochen wurde. Und da ist diese Liste eine unglaubliche Hilfe. Und wie gesagt, also Liste ist eher zu einfach gedacht. Das ist jetzt keine Liste und schon gar nicht auf Papier, sondern das ist professionell verwaltet in einer Software, die eben genau für sowas gemacht ist. Welche Funktionen werden in Zukunft noch in WinxX einfließen und wie wird sich die Software in dem nächsten Jahr weiterentwickeln? Kannst du dazu was sagen? Da sage ich jetzt mal nichts zu. Wir sind jetzt froh, dass wir die 2.0 mal in trockenen Tüchern haben und dass das alles passt. Und auch die 2.0 war ja eine Überraschung. Die ganzen Features haben wir nicht vorher breitgetreten und vorher erzählt, was da kommt. Und so wird es dann mit der nächsten Version genauso sein. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Da freue ich mich natürlich auf die Entwicklung. In den letzten Updates ging es ja immer mal auch um die Optimierung der Performance bei den Mac-Anwendern. Christoph Hilger, was hat sich hier konkret verbessert? Ja, da hat sich sehr viel verbessert, weil wir jetzt zwei verschiedene Mac-Versionen haben. Eine Version für die älteren Macs mit Intel-Prozessoren. Aber Mac ist ja vor einigen Jahren ganz weg von den Intel-Prozessoren gegangen und baut jetzt die eigenen, diese M1 und M2 Macs mit diesen Apple-Silicon-Prozessoren, nennen sie die, die deutlich performanter sind, deutlich weniger Energie brauchen, die ganz viele wirklich unglaublich gute Eigenschaften unter einen Hut bringen, die man bisher gar nicht geglaubt hat, dass man das so optimal kombinieren kann. Das erfordert aber auch eine neue Software, um das alles auszunutzen. Man kann mit diesen neuen Macs auch die, in Anführungsstrichen, alten Programme, also die Intel-Programme ausführen. Das geht hervorragend. Das geht genauso schnell wie auf den normalen Macs auch, also auf den Intel-Macs. Aber um diese neuen Macs wirklich ausnutzen zu können, braucht es eben eine neue Art oder eine neue Variante. Und die haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit vorgestellt. Und deswegen gibt es von WingsX jetzt zwei Ausführungen für Mac. Eine für die Intel-Chips und eine für die Silicon-Chips. Und man kann dann frei wählen, was man möchte. Es wird nicht automatisch entschieden, sondern man kann als M1, M2-Mac-Anwender sich diese Silicon-Version runterladen und kommt dann eben in den Genuss dieser höheren Geschwindigkeit. Christoph Koch, jetzt muss ich nachfragen. Ist die Software jetzt auf dem Windows-PC langsamer? Nein, das kann man so nicht sagen. Es kommt sehr auf die Hardware drauf an, die man einsetzt. Es ist natürlich so, dass diese M1, M2-Chips sehr effizient sind. Zum Beispiel bringen die ihre Leistung bei sehr wenig Stromverbrauch, wo dann die PCs bei entsprechender gleicher Grafikkarte deutlich mehr Strom ziehen. Man kann das nicht wirklich vergleichen. Es sind zwei Welten. Aber die M1 und M2-Chips haben immer sehr große Vorteile in puncto Stromverbrauch. Der Akku hält nahezu ewig. Die haben auch zum Teil die Lüfter nicht mehr verbaut, die was hochdrehen bei rechenintensiven Prozessen. Aber so richtig sagen, dass ein Windows-PC langsamer ist, kann man es auch nicht. Das kommt ganz auf die Hardware drauf an, die man einsetzt und auf die Anwendung natürlich. Okay, aber da hake ich jetzt nochmal nach. Sollte ich mir dann lieber einen Mac kaufen? Als Mac-User, der sich 20 Jahre über diese einfache Handhabung freut, kann ich da nur zustimmen. Es ist aber definitiv nicht notwendig. Man kann WingsX super schön mit einem Windows-PC betreiben, Windows 10, Windows 11. Es ist alles kompatibel. Wenn man seine Nerven schonen will, empfehle ich persönlich natürlich die Mac-Welt. Ich möchte auch nochmal ganz kurz reingrätschen, obwohl ich kein Mac-Anwender bin. Aber ich habe im Forum gelesen und ich könnte mir vorstellen, dass den einen oder anderen das interessiert, dass man jetzt nicht per se sagen kann, wenn jemand jetzt einen M1, M2 Prozessor hat, dass der auf jeden Fall diese Version nehmen soll, sondern in bestimmten Situationen kann es durchaus Sinn machen, auch die Intel-Version zu nehmen. Christoph, kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen? Da kann ich was zu sagen. Das ist ein Spezialfall und zwar betrifft das den Video-Export. Der Video-Export ist mit der Silicon, also mit der M1, M2 Variante tatsächlich langsamer als mit der Intel-Variante. Das liegt einfach daran, dass die Bibliothek, die dafür verwendet wird, noch nicht entsprechend optimiert ist. Die Intel-Variante, davon gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viel länger, weil es die Intel-Prozessoren praktisch schon ewig gibt. Und diese Silicon-Prozessoren gibt es noch nicht so lange. Und deswegen ist diese Bibliothek einfach noch nicht so optimiert. Da haben wir keinerlei Einfluss drauf, aber da tut sich was und das wird sich dann mit der Zeit, glaube ich, von alleine lösen, das Thema. Das ist aber nur für den Video-Export relevant. Also wenn jemand pausenlos Video-Export macht oder sehr große Projekte als Video exportieren muss, dann kann er sich überlegen, ob er diese Intel-Version startet. Man kann die einfach installieren und bei Bedarf wieder die andere installieren. Also es ist ja alles voll kompatibel. Da braucht man sich überhaupt nicht irgendwie Sorgen machen, dass dann irgendwas daneben geht. Aber bei der Wiedergabe ist die Silicon-Variante erheblich performanter. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Das merken wir wirklich sehr, sehr deutlich. Also speziell bei der Video-Wiedergabe, da werden die Grenzen enorm verschoben nach oben. Und da die Wiedergabe ja in Echtzeit ist, ist das ja auch viel wichtiger. Wenn man beim Video etwas länger warten muss, dann wartet halt mal etwas länger. Auf dem Mac ist das Installieren von Wings X eine Sache von wenigen Sekunden. Also das ist überhaupt kein Thema, das eben schnell zu ändern. Also das heißt, man kann die beiden Versionen nicht parallel installieren? Nee, du kannst nur eine von beiden haben. Aber ich würde es wirklich nur in Sonderfällen verwenden, weil wenn der Video-Export etwas länger dauert, dann ist es halt so, ich muss ja nichts tun. Ich kann ja einfach warten. Wenn ich exzessiv Videos exportiere, große Mengen oder sehr lange Videos, dann würde ich mir überlegen, für die Dauer dieser Aktionen dann die andere Version zu installieren. Ja, wir sehen, Fragen gibt es natürlich trotz der intuitiven Bedienung von Wings X immer wieder. Christoph Koch, du bist für den Support zuständig. Was sind denn so aus deiner Sicht die häufigsten Fragen, die die Anwender haben, wenn sie dich anrufen? Was ganz spannend ist, die technischen Fragen, wie es bei den älteren Versionen war, Wings 5, 6, 7, werden immer weniger. Das freut uns. Das bedeutet ja natürlich, dass das Programm super funktioniert und die Anwender immer weniger Hürden vom System und vom Betriebssystem und der ganzen Technik rundherum den Weg belegt bekommen. Die Fragen drehen sich jetzt schon immer mehr um die kreative Anwendung. Wie kann ich das quasi noch mehr ausreizen? Wie kann ich mehr Funktionen kombinieren? Also so mehr in die Richtung geht es jetzt schon langsam, was uns natürlich im Support sehr freut. Wir müssen sich nicht mehr mit Grafikkartentreiber, Updates und so weiter herumschlagen. Es geht jetzt mehr wirklich ums Arbeiten mit Wings. Das heißt, du bist auch so ein bisschen Kreativberater. Ich bemühe mich, ja. Trotzdem sind die technischen Herausforderungen eher mein Steckenpferd. Reden wir nochmal über das Lizenzmodell. Nutzen denn viele Anwender den Update-Support, dass sie also auf die nächste Version updaten und haben sie sich überhaupt so mit dem neuen Lizenzmodell von Wings X anfreunden können? Was spannend ist, wir kamen in unserem Webshop das Angebot, dass man ein Jahr oder zwei Jahre dieses Service-Paket auswählen kann und immer mehr Kunden wählen quasi die doppelte Laufzeit, was uns sehr freut, weil es zeigt ein bisschen, dass man Vertrauen in uns hat und auch Erwartungen, dass zukünftig noch viele tolle Funktionen anstehen und auch umgesetzt werden. Das heißt also, man kann sagen, dass die anfängliche Skepsis, die ja tatsächlich da war, im Laufe der Zeit dem Vertrauen in Wings X gewichen ist. Würde ich so sehen, ja. Das hört sich sehr gut an. Christoph Koch, ab September kann die Wings X Masterclass gleich beim Kauf oder der Verlängerung einer Wings X Lizenz mit erworben werden. Wie kam es zu diesem Schritt? Die Idee ist, der Kunde soll das auf keinen Fall übersehen, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir finden das wirklich super toll. Christian Klaus, was ihr da macht. Und auch das Feedback von den Kunden ist hervorragend. Man findet sich da noch schneller zurecht, weil man das quasi im Detail und als PDF schriftlich hat. Das wünschen sich doch sehr viele Anwender. Wir haben uns eben entschieden, auf ein Stumpfel unsere Ressourcen in die Softwareentwicklung fließen zu lassen und dem Kunden mit den Video-Tutorials unter die Arme zu greifen. Wer es wirklich schriftlich haben will, der ist bei der Masterclass sehr gut aufgehoben. Und damit man es einfach wirklich nicht übersieht, muss man bei der Bestellung einfach nur ein Eckchen setzen und dann geht das Ganze seinen Weg. Wir haben jetzt viel über Wings X gehört und diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen, dass ihr beiden seit über zwei Jahren nahezu 24 Stunden am Tag an Wings X arbeitet und vor allen Dingen auch im Forum immer für die User da seid. Habt ihr eigentlich Hobbys? Habt ihr Freizeit? Was macht ihr, wenn ihr nicht gerade an Wings X arbeitet? Tatsächlich so, das ist vor allem der Christoph, der wirklich noch deutlich mehr viel Zeit in das ganze Projekt investiert. Aber wir sind beide Fotografen leidenschaftlich mit der Kamera unterwegs, in der Natur, in den Bergen. In Österreich gibt es da ja hinter jeder Ecke was zu entdecken. Also da wird uns sicher nicht fahrt. Und wir schauen, dass wir die Bildschirmzeit im erträglichen Rahmen behalten. Ja, aber die Antwortzeit im Forum auch. Also man weiß es ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit gibt es eigentlich immer relativ kurzfristig eine Antwort, wenn es ein Problem gibt. Aber klar, man muss schauen, dass es irgendwo nicht ganz ausufert und man irgendwo eine Balance findet zwischen Privatleben und dem Leben für Wings X. Sehr schön, vielen Dank. Ja, ihr beiden, das war es auch schon vom Interviewteil her mit euch beiden. Danke, dass ihr dabei wart und dass ihr uns diese neuen großartigen Funktionen von Wings X vorgestellt habt. Sehr gerne. Ich sage auch vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Danke. Danke, Christian. Danke, Lars. So, nun sind wir wieder zurück. Gibt es Fragen von eurer Seite? Habt ihr etwas in dem Interview gefunden, das noch eine Frage aufgeworfen hat? Und dann bitte gerne einfach das Mikrofon aufmachen oder in den Chat schreiben. Oh, das ist recht still. Oh, im Chat. Jürgen, da ist eine Frage im Chat. Kannst du die vorlesen? Ja, wir haben hier eine Frage und die lautet, kann man das neue Schärfen auf bestimmte Spuren anwenden, um so zwischen Fotos und Videos zu unterscheiden? Nein, kann man nicht. Das Tool heißt ja globale Schärfen und das wird quasi auf alles draufgelegt. Also das wird auf den Screen angewendet. Wenn man jetzt seine Bilder oder Videos einzeln nachschärfen möchte, stehen hierfür die Echtzeiteffekte zur Verfügung. Gibt es weitere Fragen im Moment? Okay, heute seid ihr ein bisschen stiller. Dann habe ich noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema Animation. Da haben wir ja vorhin von Christoph was gehört, dass da noch eine neue Funktion dazukommt. Das kann ich jetzt mal zeigen, denn wir haben ja aktuell schon die Version 2.0.2 draußen. Also hier seht ihr kurz vorbereitet ein Bild im Hintergrund und eine Animation da drauf. Ich schalte mal kurz den Screen ein und mache den ein bisschen größer, dass man das so sieht. Im Normalfall habt ihr ja so eine Animation und in dem Moment, wo das Objekt dort langfährt, bewegt sich die Animation selbst mit linearer Geschwindigkeit voran. Und Christoph Hilger hat es ja schon angekündigt, dass er sich dort was einfallen lassen möchte, dass man die Animationsgeschwindigkeit auch regeln kann. Das gibt es jetzt seit der Version 2.0.2. Wenn ihr also auf die Infozeile der Animation klickt und dort in dem Bereich Objektkurve Anzeigenkurve hier in dem Bereich einmal nachseht, dann könnt ihr umschalten, welche Kurve angezeigt wird, nämlich entweder die Deckkraftkurve oder der Animationsfortschritt. Der Animationsfortschritt ist jetzt dieser grüne lineare Anstieg und der sagt, dass im Moment die Geschwindigkeit ganz normal gleichförmig linear läuft. Fasse ich den jetzt an, wie wir das kennen und ziehe den hier so relativ steil zum Anfang hoch und lasse das Ganze ablaufen. Dann seht ihr, dass der Pfeil am Anfang richtig schnell dort reinhuscht und dann entsprechend langsamer zum Ende wird. Ich denke, damit könnt ihr super schön so eine Animationsgeschwindigkeit kontrollieren und auch wieder von der Bedienbarkeit hier über die Eigenschaften des Objektes, Objektkurve und was ihr dort entsprechend anzeigen lassen wollt, die Deckkraft oder aber die Animation mit ihrem Animationsfortschritt. Da lässt sich das sehr, sehr gut einstellen. Genau, neben diesen großen neuen Features, die jetzt mit der 2.0 Version mit dabei sind, gibt es auch natürlich kleinere Features. Die Liste ist sehr lang. Ich möchte einfach ein paar zeigen, die ich noch als sehr, sehr cool erachte. Wir fangen im Storyboard an. Und zwar gibt es jetzt hier die Funktion, dass man sich die Bilder, die man hier reingezogen hat, über einen Doppelklick hier unten in dem Vorschaufenster anschauen kann. Genauso wie wenn man quasi im Detailbrowser sich neue Bilder rausholt, dass man sich die dann dort auch anschauen kann. In der Vorschau geht das jetzt auch im Storyboard und auch mit den Videos auch über einen Doppelklick spielen. Hier dann quasi, jetzt stehe ich natürlich ein bisschen davor, spielen aber dann hier quasi die Videos ab. Also so wird quasi nochmal die Handhabe hier einfach deutlich verbessert. Das Spotlight, wir haben es schon gesehen, ist jetzt natürlich auch neu mit dabei, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal von Wings X. Und ich mache mir jetzt hier mal ganz kurz den Screen auf und zeige euch das Ganze einfach nochmal. Und zwar, was Christoph Hilger jetzt natürlich schon aktiviert hat, wird bei euch nicht aktiviert sein. Wenn ihr die neu installierte Version aufmacht, dann sind die Screen Tools nicht aktiviert. Das hat einfach Gründe, Performance, dass die dann dadurch eingeschränkt ist. Nicht jeder braucht diese Screen Tools. Die Screen Tools sind ab der Advanced-Version verfügbar und man kann sich die aber einschalten. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Und zwar gehen wir hierfür in die Einstellungen rein. Und hier findet ihr unter dem Reiter Screen, das relativ weit oben, ein kleines Häkchen, was ihr setzen müsst, um das Ganze zu aktivieren. Und ihr seht schon, wenn ich da einmal draufklicke, kriege ich jetzt hier unten meine Optionen. Entsprechend kann ich das Ganze natürlich wieder ausmachen, je nachdem, wie ich das brauche. Wir wollen jetzt damit arbeiten. Ich mache also meine Einstellungen wieder zu. Und ich kann mir jetzt hier unter dem Reiter Spotlight eben meinen Suchscheinwerfer einmal einblenden. Das Ganze jetzt hier verändern, haben wir auch gerade schon gesehen. Und ich finde diese Funktion total genial, weil ich kann jetzt hier zum Beispiel neben einer Routenanimation auch mit diesem Spotlight zeigen. So, hey, wir sind hier gestartet. Und dann ging es über diese Landstraße, bis wir hier unten in diesem Ort waren, um dann zum Beispiel in unserem Fall im Donaudelta fotografieren zu gehen. Und das könnt ihr eben ohne eine Routenanimation quick and dirty in eurer Show machen und eben einfach über den Doppelklick mit diesem Spotlight das Ganze aktivieren. Genau. Etwas, was wir auch gesehen haben, ist die Pipette. Der Christoph hat damit jetzt ein Bild eingefügt. Eine Funktion, die das Ganze mit sich mitbringt, die ich total super finde und die ich total oft gebrauchen kann. ist diese Pipette, dass ich quasi mir hier Schrift einfärbe. Und genau, wir haben jetzt da einfach eine Farbe ausgewählt und ich kann jetzt quasi, indem ich die Pipette wieder gedrückt halte, mir hier einfach eine Farbe auswählen und das Ganze einfach viel, viel schöner an die Farben des Bildes in meiner Show anpassen. Ja, das ist das. Ein weiteres Feature, was noch mit dabei ist, zeige ich euch auch gleich. Ich mache das hier einmal komplett zu und mache mein WingsX nochmal neu auf. Hier in diesem Startdialog gibt es bei dem Anlegen von neuen Projekten diese Presets für das Seitenverhältnis. Und hier ist jetzt neu, dass nicht nur Querformate zur Verfügung stehen, sondern auch Hochformate. Das ist total cool für diejenigen, die zum Beispiel für Social Media, für TikTok oder für Instagram Reels schneiden. Da gibt es jetzt hier Hochformat-Presets oder auch quadratisch auf Instagram ein gängiges Format und kann hier total schnell einfach ausgewählt werden und man muss hier nicht quasi mit den Pixeln, ja, die Pixel eingeben und mit den Pixel dort rangieren an der Stelle. Das sind so diese kleinen Features, die jetzt noch mit dazu kommen und genau, auch Fragen gerne nochmal in den Chat reinstellen, aber das wäre es von meiner Seite. Ja, super. Das klingt doch recht spannend. Ich habe auch noch zwei kleine Funktionen, die ich noch vorstellen möchte. Dazu schauen wir nochmal in das WingsX rein. So, und zwar haben wir hier unsere Oberfläche. Ich habe da drei Bilder reingelegt, einfach nur damit ein bisschen was in der Timeline drin ist. Jetzt hatten wir ja von den Screen-Tools gehört. Die hat der Christoph Hilger uns groß vorgestellt. Julia hat jetzt noch zwei, drei Kniffe dazu erwähnt. Und das Schicke an der ganzen Sache ist, dass man die natürlich beim Export, zum Beispiel von der Videodatei, wenn ich hier auf Export, Video erstellen gehe, auch mit exportieren kann. Das heißt, hier habe ich ein Häkchen und wenn ich das einschalte, dann werden meine Schärfeeinstellungen, die Farbe oder das Color Grading, was ich über die Screen-Tools meiner Screen-Ausgabe sozusagen mitgegeben habe, auch bei der Berechnung des Videos entsprechend mit einberechnet. Das ist eine ziemlich kluge Sache, denn so kann ich es erreichen, dass mein gesamter ausgegebener Film, der aus Videos und aus Bildern besteht, entsprechend gleichmäßig geschärft wird oder ein einheitliches Color Grading bekommt, was ich vielleicht künstlerisch haben möchte, weil ich sage, ich möchte das alles so ein bisschen schwarz-weiß machen oder in Sepia-Farben tonen oder was auch immer einem dann einfällt, wenn man da ganz kreativ ist. Dieses Häkchen gibt es natürlich nicht nur beim Video-Export, sondern auch, wenn ich das Ganze als Bildsequenz ausgebe, auch da habe ich hier die Möglichkeit, das anzuwenden. Aber im häufigsten Fall werdet ihr von eurer Schau ein Video ausgeben, um diese MP4-Datei zum Beispiel dann auf, im Fernseher oder bei den Kollegen über einen PC oder einen Medienspieler entsprechend wiederzugeben oder vielleicht auf YouTube hochzuladen, was auch immer da der Anwendungszweck ist. Dann, wenn wir gerade über die Präsentation sprechen, es gibt unter dem Bereich Extras das Setup-Tool. Was kann man damit machen? Ihr kennt es, wenn ihr wegen sieben Anwender wart von früher noch, dort kann man den Projektor korrekt einrichten. Etwas ganz Wichtiges ist ja immer, dass wir wirklich den vollständigen Bereich des Projektors auch auf dem Beamer, also den vollständigen Bereich der Screen, auf der Projektion ausgeben. Deswegen hat das Testbild eine weiße Linie außen drumherum, die man hier sieht, und Pfeilspitzen. Hier erkennt ihr sofort, wenn euer Projektor zum Beispiel so einen TV-Rand wegschneidet. Das machen manche Geräte, wenn sie so in der Standard-Grundeinstellung sind. Und dann wäre der Pfeil hier so ein Stückchen gekürzt und das würde dann ja eben ein Stück eures Bildes abschneiden. Ihr könnt hier beim Setup-Tool den Modus Projektor einrichten, Projektor scharf stellen mit diesen feinen Linien oder eine sogenannte 1-zu-1-Darstellung, das heißt also, wie exakt werden die Pixel wirklich dargestellt, auswählen und einstellen. Das Aussehen des Testbildes könnt ihr entsprechend konfigurieren, also wie viele horizontale und vertikale Linien, welche Hintergrundfarbe soll es da geben. So, dass es dann auch am besten für euch passt. So, auf Beenden kommt man wieder zurück zur Wings-Oberfläche. Okay, dann haben wir für heute eigentlich soweit alle Punkte, die wir uns vorgenommen haben, besprochen. Im Chat sind keine weiteren Fragen mehr aufgetaucht. Und wenn von eurer Seite aus jetzt keine Frage mehr da ist, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir die Masterclass, die wir mit dem Klaus Linscheid zusammenschreiben, auch auf die Version Wings X 2.0 anpassen. Da sind wir momentan noch dabei, denn das Trickreiche dabei ist ja, dass wir erst die Hilfe schreiben können, wenn die Funktionen wirklich fertig sind. Und da haben wir uns in der Beta-Testphase natürlich die neuen Funktionen angeschaut. Aber wie ihr selbst schon von unserer Interviewaufzeichnung zu heute der Sendung gesehen habt, kommen noch wieder kleine Features dazu. Ich sage nur, Geschwindigkeitssteuerung bei der Animation. Und um all diesen Sachen Rechnung zu tragen, dass wir wirklich die Masterclass Version 2.0.2 kompatibel haben, werden wir in etwa zwei bis drei Wochen entsprechende Mail an euch schreiben und dann die passende Hilfe anbieten können. Ja, insgesamt würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, wir sehen euch demnächst wieder. Macht es gut, einen schönen Abend noch. Ciao, macht es gut. Bis bald, ciao. Bis bald, ciao.